Es ist Zeit. Zeit, um Stuttgart zu verändern. Ukrainekrieg, Pandemie und nicht zuletzt der Klimaschutz. Die Themen gehen uns nicht aus. Für uns als Jugendrat stehen die Themen der Jugendlichen an erster Stelle. Der Jugendrat und die Jugendräte haben sich in den vergangenen Jahren sehr bewährt. Wir wollen weiterhin Jugendlichen und junge Leute einbinden in unsere gemeinderätliche Arbeit und wir setzen darauf, dass ihr euch an der Jugendratswahl beteiligt. Kommt zum Jugendrat und verändere deine Stadt. Deine Zeit mit zu bestimmen. Die Stuttgart